Ja, das sieht gut aus. Ich finde das super geil, unbesetzt. Hallo, mein Name ist Bernd. Ich bin das erste Mal hier. Ja, das ist mir direkt beim ersten Mal auf den Berg. Ich erinnere mich an was anderes. Oder der da hinten. Rocken holen. Was ist denn die Gizmo? Ja, Gizmo. Und die riecht ist auch so krass drin. Ja, so nach China so. Ja. Die Geräusche steht wie sowas. Und die Gizmo. Wie nimmer zerint? Ja. Die Gizmo. Ein bisschen rausziene, bis die Gizmo. Ja. Okay. Ja, voll gut. Ich finde es cool gemacht. Sehr aufwendig. Getreu. Ich glaube, das ist der Kumpel, der neunte, ja. Ja, das ist gut. Das ist fett, oder? Wow. Kann ich schon mal sehen. Schau dir vor, du machst den ganzen Garten zu Hause. Du weißt, das ist so irgendwo im Garten. Heftig, oder? Weißt du, was ich meine? Schon früher, jedenfalls. Das sind Tiere auf dem Ronde? Ja. Echt? Ja, du hast ja so viele Leute dabei. Gestapelt. Ja. Geht's gut. Geht's gut. Geht's gut. Geht's gut. Ne, jetzt geht's nämlich abwärts. Nicht stuhl gemacht, auch hier mit Regen. Nicht stuhl gemacht. Ja. Nicht stuhl ... Ha! Nicht stuhl ... Nicht stuhl. Nicht stuhl.